Bevor das Video beginnt, lasst doch als erstes gerne erst mal ein Abo da. Wir zählen sehr gerne, um mich zu supporten, meine Maps. Für den allerbesten Practice einfach nur Reason eingehen oder die Map-Codes, die jetzt im Screen eingeblendet sind. Codes findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Trader-Code Reason7 im Item-Shop. Nicht vergessen und jetzt viel Spaß beim Video. Ja. Bin fein. Bin fein. Hast du beide? Ne. Bin nicht gut. Okay. Du musst Musik leiser machen. Komm her. Ja, geil. 2 cm. Irgendwo hier ist. Ja, das ist trotzdem Solo-Töten einfach. Irgendwo hier ist er. Richtig hinten drin. Ja, auch mich. Ach stimmt, das ist schwülfrag. Sie langgeschossen? 70? Ja, 70 auf ihn auch. Oh mein Gott. 130, meine Box. War nicht schwierig aus hier. Er hat safe 100, wirklich. Und er hat einen Creator-Code und da hat er auch mal gesagt, dass er mal im Monat 5 Millionen gemacht hat. Also, wir sind halt die New-Gen so. 100 Millionen, also. 100 Millionen sehe ich, glaube ich, nicht mehr übernehmen. Weil du genauso denkst, kriegst du es auch nicht. Hast du halt nicht dumm sein. Das war ein Headshot wirklich, denke ich. Jetzt ist es so aufschossen, weil du so flinkst. Ja, ne, vor mir. Du misst. Was? Wann willst du Leute ausfliegen? Was? Ich will den Saudi-Cut dann für den Nähmen, wenn die guter sind. Ich. Oh, hier macht jemand Flügel auf mich. Ich habe kein Schild. 30 oder so, oder 90, eins an meinen. 40. 90 pass. Hast du Schild? Ne. Bin auch tot. Der war auch wie viel die Pum, Mann. Gib mir eine andere. Ich kann das nicht mehr. Ne, geil von ihm. Guter Play. Einfach mal Zeus rausholen, weil, warum nicht? Gib mir doch bitte. Was anderes, denke ich. Was anderes, denke ich. Ich will nix ans, wenn es denn voll. Da sage ich nicht nein. Win-win. Hier liegt so viel Loot auf mich. Ah. Ah, okay. Jetzt habe ich ja nicht Sachen täglichen. Man ist einfach nicht gelaudert. Er wurde sniped. Er wurde sniped. Von Swiss-Tami. Sie sind 20 Meter. Geht so. Hedge ist ein, Hedge ist ein. Push, push, push. Voila. Alter. Und Tim wurde komplett aus der... Aus der... Oh, er wurde komplett gefickt. Ich weiß gar nicht mehr was sagen. Er geht Rez in der andere. Aus den Schneidtöten hier. Der ist so finished. Oh, you're good. Also wenn er das gewinnt, kriegt er für immer 100 Euro Paypal. So. Na, er gewinnt by the way. One flat. Warte mal. Peaced. Platz. Er hat ihn nicht peaced by the way. Ich brauche Schild. Was den Feinden die? Hier auf die hier. Ja, mach. Sortiert. Das ist der größte Controller-Spieler wieder. Ich brauche Hilfe. Wie kann man... Man, ich hasse Controller-Spieler, wenn die so spielen. Oh, da ist jemand im Busch gelaufen. Da riefst du dich, Dash of D. YouTube, Alto und 30 FPS. Cool. Ach, Mann. Er snipet mich. Ich bin one. Der andere droppt mal in den Lobby. Ich geh zur Eulco noch mit dem Finish. Hast du Hilfe? Nee, aber der ist die... Der nervt. Ach, Bruder. Da muss ich mich jetzt richtig hinsetzen. Das ist so wirklich. Fickt. Das ist mal noch gefickt. Das ist so OP mit Zeus und Dash. Ich kann einfach während ich Zeus rumdashen. Das scheint mir ein bisschen broken. Weiter. Ah. Ich hab mich komplett in die Ogen gekackt. Ich hab's gesehen, Dash. Ich kann einfach so rumdashen. Das ist richtig geil. 570. Ja, ich tue heute Glückwunsch. Oh mein Gott, das ist ein Solo. Ich tue heute Glückwunsch. Ich tue mich so alt. Dad. Immer drin. Oh mein Gott. 100. Der Typ spielt hier auf in Edson, also. Er wird jetzt ans Prinzip gepusht. Oh mein Gott, ich dachte, das ist ein Headshot. Ich bin tot, glaube ich, Alex. Das ist ja auch nicht so gut. Ich hab BG damit safe, weiß ich nicht. Ich hab BG gepoppt. 147 auf den Solo. Ja, kann ich. Okay, kann ich sehen. Let's box him. 4 box. I'm out top. 194 dead. Let's fucking go, bro. Ich hab perfekt. Du hast zwei Bebesseren. Du wechselst dich alle. Hab alles? Ja. 490 wide. Dead. 65 wide. Ich hab keine Waffe. Ich hab gezählt. Ich hab gezählt, Digga. Dann hab ich gar keine Energie. Die kommen zwischen. Der Center war den Baum. Rechts auf, rechts auf. One. Du hast mir nichts. Chill. Neues Waste. Ja. 100, 100 wide. 500 wide. Ja, 102 auf den. 2 AP dann. 40 auf den anderen. 100 box beide. Der, der, der. 100, 100, 100. Ja, 100. Das ist checkt. Ich bin jetzt. Ich kann euch einbeamen. Wenn du einfach überlebst, jetzt kann ich gleich einen töten. Ja, ich hab überlebt, ich hab überlebt. Okay. 80. Dead. Wollen ich mich, wollen ich mich. Dead. Ich hab ihn. Oh, ich bin tot. Der andere gehertet? Ne. Hast du auch mal eine Shotgun? Ne. Ganz so. Ich hab keine Shotgun-Ämmung. Ne. Hast du Wiles? Ne. Der, 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 der. Einmanager. Das. Ja, das. Sehr stark. Oh. Ah, mein Nackheim, ja. Ich wollte sogar grad noch sagen. Ja, ich, Digga, aber. Ja, ich gehol die. Ich kann dir ein Capman's geben. Ich bin ein Capman's, das wird. Mach nichts. Ah, du bist, du kannst, ich bin wirklich der beste Spieler. Mams live. Ich kann nicht so ein Verhütten, oder? Ja, mach noch nichts. Headshot. Ich werd immer besser. Die sind classic. 40. 20. That's right. Tor 2-2. Haltet die Fresse. Ihr trollt. In der letzten Minute wieder. 2-2 Leverkusen. So klar. Halt die Fresse. Freischuss-Tor in der letzten Sekunde. Und wie viele Minuten Nachspielzeit war eigentlich angekündigt, Chad? Bro, das ist Mams live krank. Und ich seh jetzt schon wieder Fabrizio Romano auf meiner Timeline der Leverkusen am crazy dick riden, der ja. 5, der geiles Mal und 96. Tor. War's ne verrückte Scheiße schon wieder. Ja, Jungs, habt ihr mich gesnipet? War's ein krasser Freistoß, Chad? Ich muss aufs krass sein, wer da drin ist. Bruder, rotier doch, du Hurensohn! Spielst du hinten Kablidit? Nee, das kann nicht sein. Rieses bei euch? Nee, echt. Ich fände von vorne, von hinten, von meiner Oma. Die machen alle, die nicht rotieren im Challenge. Das ist lustig. Das wie viele Toren in der Nachspielzeit ist das jetzt? Chad, wird es morgen warm in Frankfurt? Die Feinten. Hinter uns kommt ein Team. Kehst du die? Ich hab ein Peace. 100 auf einen. Läuft beide eher. Der deiner. Was? Der andere ist weit unter mir. Oh mein Gott! Oh mein... Ich bin tot. Ich bin tot. Kannst du kommen? Bruder, ich hab Storm sickness. Ich hab mich so eingeschissen. Warum schließe ich mich so ein? Sag auch nicht, du krankst dich echt rein. Wo liegt das Dash, Männer, Joch? Oder unten. Hattest du's? Nee. Wie unten? Was ist das? Ich glaube da unten. Oder halt oben. Ich schau halt. Ich markier die. Das voll weit weg. Das holt eh dahin. Das Dash einmal? Oder zweimal auch, wenn... Das weiß nicht. Ich muss den ganz oben auffassen. Die haben nicht mehr Skybacks. Nein, ich weiß nicht. Nein, nein. Da hat's der gar cool. Okay. Nice. Das in. Ich kann das nicht mehr. Ah, das ist mittig. Ich habe einen Sniper hier. Metal Vorborn, Spaceman. Ich glaube, ich habe einen Woodbomb. Ich habe einen Sniper. 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 Das sind Waffes. Storm Sickness halt. Sonst kann ich da Outstorm bleiben. Unlucky. Ich auch. Ich claim direkt das Haus hier. Die wollen das haben. Ich habe es doch nicht. ich bin tot eine waffe auf wir uns nicht bauen die sollten eigentlich genau da unten drin sein aber irgendwie sind die nicht da unten drin das sind perfekte menschen kill die kill die haben ein box 44 20 minimum minimum die pamp ist so scheiße die pamp ist legit useless 44 88 kannst du banan carry ja 24 34 34 44 über uns ich jump die unter uns 120 28 ich war nicht mit kuba nachher ja kuba geht ja in der gleichen zeit wie wir wahrscheinlich dann ich hab auch schon mit dem geredet ja dann klär du das mal mit kuba ab ok ja also luke macht das einfach mal würde ich sagen ich kenne ja jemanden der kann uns das checken steht das sage ich kuba jetzt ich mach deinen road zu radio in den ballon 120 ja ja hat einer hat keine ich habe von oben rein 30 31 die dritten 36 6 naja wie soll ich sowas hätten bro fetter schnappt oh mein gott ich wohlfass fetter schnappt oh was sind das für loser direkt unter mir da ja 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 20 Der hat mein Opa gesickt. 56. 84 Crack. 100. Also beide 1 AP, der dit. Einer sogar knock. Der weiße ist 1 AP, der weiße. Wie einer sogar knock? Ich habe einer's knock. Die Double Press on my wall. Oh mein Gott. Ich bin fein. 100. Nice. Das sind alle meine wall. 100. 130. Auf den roten. Nicht den Glühwein. 100 auf Glühwein. Digga. Nein. Ich quitt dieses Spiel. Pass auf. Sie haben mich knock gesehen. Sauber. Kannst du reißen einfach? 3-2. Siehst du irgendwo einen Rift? Nö. Kennst du nicht. Kennst du nicht. Komm her. Der hat nur kurz gespielt glaube ich. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ach Digga man. Der war so warm. Geh einfach für Karton. Und da glaube ich. Nimm Karton und geh. Das ist so shit. Das ist so shit. Digga ist das stressig hier gerade. Irgendwie. Nein. Ich geh hin zu. Warte. Ich so Papa ist okay. Also wirklich. Die sind so lucky, dass sie überleben. Mams live. Ja Mams. Ich hab sie auch eingeliegt. Fert praktisch nicht. Fert praktisch nicht. Warte hier Schöpfe. Oh. Einstehen. Scheiß auf. Geh. Pass mich. Ich sitze. Ich sitze nicht. Du hast wieso 3-Bahn-Armikern willst warten. Ich bin 5-0-0. 5-0-0 auch. Ich glaube mehr kann ich da nicht kriegen. Ne. Toter Outday. Vor mir. Ich wurde gequacked. 5-1. Ich bin 30 HP. Die dashen auf dich. Komm raus. Du musst einfach nur hundern des Hauses. Ach was sind das für dumme fette Loser Digga. Och Digga. Scheiße.